Okay Leute, da wären wir wieder zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Timeline 2 und heute will ich ja noch ein bisschen Essen sammeln hier. Ich hatte mir ja die Schinken da in den ersten Slot gelegt, damit ich dran denke, ne. Und ja, ich würde sagen, dann schlachten wir mal hier die Schweine, wenn wir ja schon mal welche haben, ne. Und ja, ich finde irgendwie die Umgebung hier ganz interessant, muss ich auch sagen. Also, ja, finde ich schon ganz cool, was hier so alles vorliegt, so. So, oh man, Alter, wie kann man nur so schlecht treffen? Alter, ich bin auch in Shootern so schlecht, wie kann man nur so schlecht treffen, wie ich jetzt, ey, das gibt's gar nicht. So, ähm, okay, dann weg damit, zack, da auch weg, genau, da haben wir ein bisschen Zuckerrohr. Ich wollte ein bisschen was über die 1.10 noch erzählen, weil da ist ja doch noch ein bisschen mehr dazu gekommen, als man so denkt. Allerdings war es natürlich ein ziemlich kleines Update, wenn man es mit anderen vergleicht. Sogar mit 1.12 verglichen, wo ja auch nicht so viel hinzukam, war es ziemlich klein, Alter. Man trifft die nicht mehr, ich verstehe es nicht, ey. So, also, ja, es ist eigentlich kaum was hinzugekommen, muss ich sagen. Aber, ja, dennoch gab es natürlich ein paar coole Sachen, wie zum Beispiel, ähm, dieses Ding mit, äh, achso, warte mal. Ich glaube, ich habe die Musik die ganze Zeit zu leise. Oh, shit. Ähm, Moment, da muss ich jetzt hier mal was umstellen. Ah, das war schon in Hardcore so, scheiße. Ach, nee, da ist in Hardcore die Musik viel zu leise. Oder ich mache dort halt mal das, äh, nee, warte mal, da waren doch die Sounds Outlast, oder? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ja, keine Ahnung, wie ich das dann dort einstelle im Schnitt, muss ich mal schauen. Ähm, ja, weiß ich jetzt noch nicht. So, auf jeden Fall kann ich nicht mehr sprinten, was auf jeden Fall blöd ist. Vielleicht mache ich mir gleich mal einen Ofen. Oder ich muss halt das rohe Fleisch essen. Wir haben ja eh noch ein paar mehr Schweine, ne? Vielleicht, äh, ja, esse ich dann einfach das rohe. Aber, das, äh, ja, ist wahrscheinlich jetzt die einzige Möglichkeit, die ich habe. Und, ähm, ja, in der 1.10 kamen zum Beispiel die ganzen Eisbären noch hinzu. Ähm, das war noch eine ganz interessante Sache. Weil, ja, die konnte man auf jeden Fall dann, äh, ja, auch relativ selten finden. Sind jetzt nicht so oft, ne? Und, ja, da hatte man auch mal wieder eine Neuerung. Und ich hätte nicht gedacht, dass man sowas in Minecraft noch hinzufügt. Also, keine Ahnung, damit habe ich einfach nicht gerechnet mit solchen Mobs, ne? Ähm, ja, es gibt so Mobs, da denkt man, okay, die könnten vielleicht mal irgendwann kommen. Aber so mit Eisbären, ich weiß nicht, das hätte ich nicht vermutet. Aber, ja, gibt's auf jeden Fall jetzt. Und dann gab's natürlich auch noch diese Knochenformationen in der Wüste. Das war auch noch eine interessante Sache. Aber, ich weiß nicht, das ist so eine Sache, da denkt heutzutage eigentlich keiner mehr dran. Äh, die ist so in Vergessenheit geraten schon wieder, dieses Feature. Und, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich find das irgendwie nicht mehr so krass, sag ich mal, ne? Da, äh, gibt's auf jeden Fall deutlich andere, äh, Sachen, die einem besser in Erinnerung bleiben. Wie zum Beispiel die großen, fetten Mansions, ne? Die sind natürlich dann schon wieder eine ganz andere Sache. Ja, also kleine Sachen vergisst man öfter mal, dass es die überhaupt gibt. Und, ja, dann gibt's ja noch die Wüstenzombies und die, äh, Eis, äh, Skelette da quasi im, äh, in Schneebiom und in Wüstenbiom. Find ich auf jeden Fall ganz cool, dass sie dann die Biome auch mal belebt haben. Aber auf der anderen Seite sind die Mobs natürlich auch ziemlich nervig, ne? Muss ich ja sagen. Und, ja, dann wurde quasi das Update der 1.10, äh, oder der 1.9 noch so ein bisschen erweitert. Weil in der 1.10 kamen erst so ein paar Sachen hinzu, die dann, äh, den Items der 1.9 Sinn verliehen haben. Wie zum Beispiel die, äh, Force, äh, diese, also dieses Strays heißen die, genau. Ähm, die haben ja dann die komischen neuen Pfeile da verschossen, die in der 1.9 hinzugefügt wurden. Da wurden die dann quasi auch mal anders eingesetzt, ne? Und, ähm, ja, das ist dann auf jeden Fall was Besonderes gewesen. Und ansonsten, ähm, ich guck noch mal, was kam noch so hinzu. Ähm, ja, Eiswanderer heißen die tatsächlich auf Deutsch. Fossilien, okay, so heißen die auf Deutsch dann mit den Knochen. Ähm, ja, dann gibt's irgendwas in Minen. Ach ja, genau, in, äh, Mesabiom gibt's jetzt Minen an der Oberfläche. Und, äh, ja, dann können Riesenpilze manchmal doppelt so hoch wachsen. Und, ähm, ja, das sind natürlich auch ziemlich kleine Features und kleine Änderungen. Oder hier große Eichen gibt's jetzt auch in der Ebene, als einzelne Bäume. Ähm, also in der Steppe oder wie auch immer man's nennen will. Plains Biom halt. Ähm, ja, äh, das sind halt alles so Mini-Sachen, die jetzt nicht so krass erwähnenswert sind, sag ich mal, ne? Aber die eben doch irgendwo dazugehören, muss man ja sagen. Und, ähm, ja, was gibt's noch? Ähm, Dörfer, okay, Blöcke. Ähm, was wurden denn Dörfern geändert? Ah, die passen sich jetzt zu den Biomen an, okay. Ja, halt alles solche Schönheitssachen, ne? So kleine Sachen halt, ich weiß auch nicht. NBT-Daten wurden ein bisschen geändert. Ja, aber es war ein sehr kleines Update, ne? Muss man ja sagen. Und ich finde eigentlich auch dafür, dass es, ähm, irgendwie auch drei Monate gebraucht hat damals. Oder sogar dreieinhalb. Na gut, sagen wir mal, drei Monate hat's gedauert. Das, äh, Update damals von der 1.0 bis zur 1.10. Ähm, dafür ist es eigentlich ziemlich klein. Ja. Also, ich hätte gedacht, dass es dann noch ein bisschen mehr kommt. Nach der Zeit. Aber kam halt irgendwie nicht, ja. Und das ist natürlich wieder ein bisschen schade. Und das nächste Update kam dann auch erst fünf Monate später. Im November 2016. Das hier kam ja am 8. Juni 2016. Und, ja, die 1.11 war dann eben wieder ziemlich spät dran. Da kam dann aber ein bisschen mehr zumindest hinzu. Obwohl es jetzt auch nicht so krass war. Also, ich meine gut, das mit den Menschen ist okay. Aber sonst, ja, keine Ahnung. Ja, da können wir aber nochmal die, äh, entsprechende Folge dann drüber reden. So. Obwohl ich eigentlich in der 1.11 dann auch, äh, ja, es war schon ein bisschen was, was hinzukam. Aber jetzt nicht so krass viel. Und, naja. Werden wir dann nochmal auseinandernehmen, wie gesagt. So. Jetzt werde ich aber erstmal hier so ein bisschen weiterbauen, würde ich sagen. Und zwar, äh, ja, auch, ey, ich brauche unbedingt einen scheiß Ofen hier. Ja. Und endlich mal, ähm, ja, gebratenes Fleisch. Das geht ja gar nicht mehr. Dass ich hier nur noch am Hungern bin, ja. Ja, aber ich kann ja mal kurz schlafen gehen, ne. Oder soll ich, soll ich irgendwelche Level sammeln oder so? Ich weiß es gar nicht. Ob es jetzt so gut ist, schlafen zu gehen. Naja. Aber ich muss definitiv erstmal mich hochheilen, weil sonst kann ich ja hier nichts überleben, ne. So. Ich habe wieder keine Tintenfische gesammelt. Ja, komm. Ich gehe jetzt schlafen und sammle die. Würde ich sagen, ne. Damit wir das endlich mal hier fertigstellen. Äh, das kann ja nicht mehr sein, dass ich hier nur noch ohne Tintenfische rumlaufe. Ja. Ich habe auch irgendwie jetzt gar nicht mehr danach geguckt, ey. Das ist richtig schlimm, wie man das einfach vergisst, ne. Ähm, ja. Gerät alles in Vergessenheit. So wie manche Minecraft-Features. Da wären wir wieder beim Thema. Ja. Okay. Dann nehme ich mal ein Fleisch jetzt mit. So lange will ich nämlich jetzt gar nicht mehr unterwegs sein. Und dann gehe ich einfach mal da vorne in den See und hole mir da ein bisschen was, ne. Ich hoffe mal, dass hier was ist. Bisher sehe ich noch nichts. Ja, toll, ne. Jetzt haben wir hier natürlich noch nicht die neue Wassermechanik. Von der 1.13. Die bin ich jetzt schon so ein bisschen gewöhnt. Ja. Wäre natürlich cool, wenn wir die hier auch hätten, aber... Ja, hier sind wir natürlich noch lange nicht da. Naja, ist aber auch egal. So, äh, ich schaue mal hier. Ich kann ja mal da vorne in das Meer gucken. Okay, da haben wir endlich mal Tintenfische. Oh Mann, wie lange das manchmal dauert, solche Sachen zu finden, ne. Die gibt es dann einfach die ganze Zeit nicht. So. Okay. Ja, dann farm ich die mal ab und ich kann ja mal nebenbei über ein anderes Thema noch reden. Und zwar Monopoly. Ich weiß nicht, ob ich das Thema schon mal hatte, ne. Habe ich ja letztens in Hardcore angesprochen, dass ich in letzter Zeit mir sehr unsicher bin, was manche Themen angeht, ne. Ob ich die schon mal hatte und nicht und keine Ahnung. Ja. Aber ich spreche das einfach mal an. Und zwar Monopoly. Ich habe das früher mal gespielt, sage ich mal, ne. Und zwar, ja, keine Ahnung, mit ein paar Kumpels oder so. Oder mit meinen Eltern auch. Ich weiß noch, das waren noch Zeiten, als ich da, äh, das immer gezockt habe oder gespielt. Ich weiß nicht, was man dazu sagt. Manche sagen auch mal Fußball zocken. Aber ich finde das irgendwie ein bisschen zu, ja, das passt einfach nicht, wenn man das Wort da nimmt. Aber egal. Ähm, ja. Jedenfalls, äh, ich weiß auch nicht. Äh, ich finde eigentlich Monopoly ist so das interessanteste, äh, Brettspiel noch, ne. Es gibt da auf jeden Fall diese klassischen, wie Mühle und Dame und solche komischen, die ich gar nicht, wo ich nie die Regeln kannte, ne. Ähm, wie das mit diesen Dreiecken. Äh, wo quasi hier so ganz viele Dreiecke aneinander sind. Und auf der anderen Seite nochmal. Und, ja, das ist immer ein bisschen verwirrend gewesen. Da wusste ich immer nie, was soll das sein. Naja. Und dann natürlich, Mensch, ärgere dich nicht und sowas, ne. Aber, ja, so Monopoly ist eben mal ein bisschen komplexer. Ja, und deswegen hat mich das auch immer gereizt eigentlich, ne. Und man konnte da halt auch immer sich hocharbeiten, so mehr und mehr Geld sammeln und so. Und deswegen war es schon immer ganz interessant. Es war halt auch so mehr oder weniger ein Endlosspiel, ne. Und, ja, ich weiß auch nicht. Ich fand das irgendwie immer eine ganz coole Sache. Und, ja, ich hab's irgendwie lang nicht gespielt. Aber, ja, es hat sich einfach nicht ergeben. Ich kam nicht so dazu. Und, ja, mal sehen. Vielleicht komm ich irgendwann nochmal dazu. Das Ding ist halt, dass es wirklich sehr langwierig ist, ne. Und das natürlich dann auch so ein bisschen viel Zeit frisst. Und, ja, da hab ich eben nicht mehr so viel Zeit, leider. Aber vielleicht mal irgendwann wieder, ne. Mal sehen. Ich hatte es halt auch nicht so auf dem Schirm jetzt, dass ich das unbedingt zocken will. Sonst hätte ich das auch hingekriegt irgendwie. Aber, ja, es hatte nicht mehr so Priorität, sag ich mal. Und, ja, ähm, mal sehen. Vielleicht spiele ich es ja mal irgendwann wieder. Gibt's davon eigentlich eine Online-Version? Dass man das irgendwie so spielen kann im Internet mit irgendwelchen Kumpels oder so? Ich weiß gar nicht. Könnte ja vielleicht auch mal, äh, ey, da könnte ich mal ein Let's Play von machen. Jo. Das, äh, immer, wisst ihr, immer, das ist immer so meine Denkweise. Irgendein Spiel einfach, was ich mir holen will oder so. Da denke ich erst mal so drüber nach. Ach ja, wie kann ich das jetzt als Video verpacken? Ja, es ist einfach immer so. Ich bin ja einfach so ein klassischer YouTuber, der immer nur darüber denkt. Ja, aber, keine Ahnung, es macht mir halt einfach Spaß, ein bisschen auch abwechslung zu bringen auf den Kanälen oder auf meinem Text-Maggp-Kanal, wo ja die ganzen anderen Spiele kommen. Und, ja, vielleicht könnte man auch mal Monopoly spielen, ne? Oder im Stream, stimmt, da könnte man auch was machen. Ähm, ja, da spiele ich jetzt sowieso alle möglichen Spiele immer. Und, ja, warum nicht auch einfach mal ein bisschen, äh, hier Dings, ne? Monopoly. Und, ja, mal schauen, ob sich das ergibt oder nicht. Je nachdem. So, erst mal ein bisschen Fleisch essen, würde ich sagen. Zack. Und, ja, dann schaue ich mal hier rüber. Äh, ich würde sagen, ich färbe jetzt erst mal ein bisschen Lehm und gucke mal, wie weit es reicht, ne? In den tiefen Gewässern ist auch immer ein bisschen unangenehm, das Ganze zu sammeln, ne? Muss ich ja auch sagen, weil man dort einfach, ähm, die ganze Zeit so, ja, ewig weit tauchen muss und so, ne? Das ist immer nicht so schön, da Squids, äh, Squids zu sammeln und, ja, deswegen feiere ich das gerade nicht so. Okay, ich hole mir nochmal acht von den Blöcken, dann haben wir auch genau genug, um die ganzen Tintenbeutel durchzukraften. Und, äh, ja, mal sehen. Dann schaue ich mal, ähm, mit dem Thema bin ich eigentlich mehr oder weniger durch. Es war halt wieder ein sehr kurzes Thema, aber, ja, was soll ich auch noch großartig dazu sagen? Vielleicht fällt mir noch was kurz ein. Moment. Ich mache erst mal hier ein paar Blöcke, würde ich sagen, so. Ja, ähm, ich weiß nicht, Monopoly, hm, was gibt's da noch zu erzählen? Da gab's ja auch hundert Versionen davon, ne? Ich hatte früher mal, ähm, so ne, warte mal, ich hatte, glaube ich, mal so ne DDR-Version davon, ne? Gab's das nicht auch, dass man da, äh, so mit Ostmark und allem und Trabi und allem was hat? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, kann sein. Muss aber nicht. Ja, ist auf jeden Fall ganz lustig, was es da alles gab. Stimmt, und ein Kumpel von mir hatte mal ne Spongebob-Version davon. Die haben wir immer gespielt. Ja, keine Ahnung. Da hatten wir aber gar kein normales Monopoly, sondern die ganze Zeit nur die Spongebob-Version. Das waren auch Zeiten, ey. Und ich glaube aber, ja stimmt, in den Versionen, in den verschiedenen, da gab's dann nämlich auch so unterschiedliches Geld. Also, ne unterschiedliche Menge. In manchen Versionen gab's dann so richtig viel Geld, weißt du, da hat dann, äh, das alles so richtig viel gekostet und so. Und in anderen Versionen hat's dann einfach, ähm, so richtig wenig nur gekostet. Also, da gab's schon große Unterschiede. Und ja, keine Ahnung. Und stimmt, ich hatte mir dann auch nochmal ein neues Spiel irgendwie gekauft oder zugelegt. Oder, ja, meine Familie halt, ne. Ähm, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das, äh, dann war. Ähm, ja, da, da müsste ich mich auch mal zurück, äh, oder müsste ich mir auch mal wieder angucken. Weil, äh, ja, wir hatten irgendwie mehrere Spiele. Wir hatten so ein uraltes aus den 90ern oder so, mit Westmark noch und so. Also D-Mark. Und, ähm, ja, dann gab's noch so ein neueres irgendwie. Aber ich weiß gar nicht mehr, hatte das irgendein bestimmtes Thema oder einfach war das normal? Das weiß ich gar nicht. Ähm, es gab ja da wirklich die verschiedensten Themen, ne. Wie schon gesagt, also, ja, da gab's irgendwie dann alles am Ende. Aber, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt noch so beliebt, Monopoly heutzutage? Ich weiß noch, damals war das noch so ein Ding, ne, irgendwie. So vor, äh, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren. Ja. Was weiß ich? Oder sieben Jahren. Ähm, aber mittlerweile ist das einfach jetzt auch nicht mehr so, äh, beliebt. Also, man hört nicht mehr so viel davon. Und, ja, keine Ahnung, ist irgendwie ein bisschen schade. Weil das Spiel hat mehr Ruhm verdient. Wollte ich mal sagen. So. Okay, dann da hin. Und, ah, Moment. Das kann weg, erst mal. Bisschen Kohle her. Und dann würde ich sagen, mach ich mal hier, äh, noch einen Stack rein oder so. Ach, hab ich gar nicht mehr. Okay, ach so, ja, Glas. Ach man, ich bin ja auch blöd. Ich will einfach die ganze Zeit hier schon wieder Copies umbrennen. Naja, aber das, äh, brauchen wir ja nicht so. Gut, ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, wann wir umziehen. Ob ich jetzt in der nächsten Folge mal losgehe und irgendwie umziehe oder so. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich mal den Locate-Befehl benutzen. Aber wahrscheinlich erst übernächste Folge. Und mal zum Mansion gehen, ne. Jetzt würde ich sagen, wäre es das halt erstmal gewesen von diesem Mal, ne. Also, haut da rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, mal sehen, was wir dann machen. Jetzt erst mal Tschüss und bis dahin.